Heute gibt es ein weiteres Sommeroutfit-Video. Ja Leute, heute gibt es ein weiteres Sommeroutfit-Video. Besonderheit an den ganzen Outfits. Ich habe alle Kleidungsstücke bei Amazon gekauft, weil ich Amazon Fashion einfach mal ausprobieren wollte. Alle Outfits verlinke ich euch wie immer unten in der Box. Könnt ihr alle nachshoppen auf Amazon, wenn ihr dazu Bock habt. Starten wir mit dem ersten Outfit. Beim ersten Outfit trage ich unten Lofa in Grau. Als Hose eine kurze Hose, eine kurze Chino-Hose mit einer Bügelfalte und on top ein Polo-Shirt in Schwarz von Hugo Boss, was das ganze Outfit einfach nochmal so ein bisschen aufwertet. In Kombination mit den Lofan sieht das echt richtig gut aus. Und wenn du bei diesem Outfit einfach die Hose switchst, und zwar von kurz nach lang und dann auch noch eine schwarze Hose auswählst, hast du das perfekte Outfit, wenn du abends zum Beispiel mal in eine Bar ausgehen willst im Sommer. Weiter geht's mit dem zweiten Outfit und zwar ein sehr sportliches Outfit. Unten trage ich weiße Leder-Sneaker. Dazu lange Socken, ja, keine Tennis-Socken, aber einfach etwas längere Socken. Passt hier mit dem Style ganz gut. Eine dunkelblaue sportliche kurze Hose, ein schlichtes weißes Amazon Essential T-Shirt und obendrauf noch eine Cap in dunkelblau in Navy von Tommy. Und wer möchte, kann im Sommer dazu natürlich auch noch eine Sonnenwelle aufsetzen. Weiter geht's mit dem schicksten Outfit, wie ich finde, von diesen Sommerlooks. Und zwar ein Outfit mit kurze Hose und Sakko. Ja, Leute, das kann man miteinander kombinieren. Unten trage ich braune Bootschuhe und als kurze Hose eine etwas längere kurze Hose in beige, auch mit Bügelfalte. Passend natürlich zum Sakko, weil das Sakko natürlich auch grundsätzlich ein etwas schickeres Kleidungsstück ist. Und unter dem Sakko trage ich ein ganz normales, weißes, schlichtes Amazon Basic Essentials T-Shirt. Und wer Lust hat, um das auch nochmal zu pimpen, könnte man jetzt hier zum Beispiel auch nochmal ein Einstecktuch verwenden. Das wäre an dieser Stelle auch richtig nice. Weiter geht's mit dem Outfit, was du trägst, wenn du gerade vom Strand wieder zurück gehst ins Hotel. Und zwar trage ich hier an den Füßen Birkenstock in Blau, was ein wirkliches Highlight ist, wenn man sich das ganze Outfit mal anschaut. Als Hose trage ich eine Badehose von Boss in hellblau und on top einen Pulli, der dann anschließend auch ein bisschen wärmer hält, wenn man dann vom Strand zurück geht zum Hotel. Als Accessoire kann man natürlich hier noch perfekt eine Sonnenbrille tragen oder auch die Strandtasche, abgestimmt auf das Outfit. Weiter geht's mit einem sportlich eleganten Look, der noch nicht mal 100 Euro kostet, wenn man jetzt mal die Uhr weglässt. Unten habe ich weiße Ledersneaker und als Hose eine dunkelblaue, feine Anzugshose von Amazon Essentials tatsächlich und on top ein Kurzarmhemd mit einem Muster drauf und wenn man sich das Outfit von oben bis unten anschaut, wirklich ein richtig schickes, sportliches Outfit, was tatsächlich absolut überhaupt nicht viel kostet. So, last but not least ein Outfit, was du perfekt tragen kannst, wenn du zum Beispiel beim Nachbarn eingeladen bist zum Grillen auf einen schönen, lauen Sommerabend. Oben ein Pulli, ja, ein hellblau, von der Farbe her passend zum Sommer und manchmal fühlt sich die Kombination mit langärmlich oben und kurz unten einfach gut an. Unten trage ich eine sportliche, kurze beige Chino und ganz unten dann noch weiße Ledersneaker. Hier nochmal alle Outfits im Überblick und schreibt gerne mal in die Kommentare, was euer persönlicher Favorit ist. Ja, Leute, das waren einfach mal ein paar Sommeroutfits von Amazon. Ich habe wirklich alle Outfits bei Amazon bestellt. Verlinke euch selbstverständlich auch alle Outfits unten in der Box. Schaut da gerne mal rein, shoppt die Outfits gerne nach. Ich bin gespannt, was in die Kommentare reinschreibt, welches Outfit ihr persönlich am besten findet. Und wenn ihr Bock habt, mache ich auch gerne mal noch ein Review zu Amazon Shopping, Amazon Fashion, wie das Shoppingerlebnis bei Amazon ist. Dann schreibt es auch gerne in den Kommentar rein, dann mache ich dazu gerne ein Video. Ich wünsche euch in diesem Sinne einen wundervollen Sommer mit richtig schicken Outfits.